Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein paar DM-Produkte hier, die ich sehr, sehr gerne mag. Einige davon sind neu, nagelneu und wir werden das Ganze so ein bisschen kombinieren. Produkte, die ich sehr, sehr gerne bei DM immer wieder nachkaufe, wenn ich sie leer gemacht habe und Produkte, die recht neu sind. Wir werden also ein Fullface DM-Drogerie-Favoriten-Neuheiten in diesem Video schminken und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin, ich sehe heute frisch aus. Die kleinen Rüschen hier sind süß. Ich habe mir einen Topf von meiner Mutter geholt, weil ich nichts Orangefarbenes hatte und mein Feed bei Instagram gerade Orange ist und ich hatte nichts Orangenes, also musste meine Mama mir was geben. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche und falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Bevor wir loslegen mit dem Video, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit einer meiner liebsten Brands entsteht. Und zwar wurde ich in den letzten Wochen extrem krass auf Produkten, auf neuen Produkten von Asam markiert und zwar der Sun-Reihe. Und bevor ich eine Werbeplatzierung mit Produkten mache, muss ich das Ganze testen. Innerhalb der letzten zwei Monate habe ich mich komplett durch die neue Sun-Reihe von Asam durchgetestet und kann sagen, I love it, perfekt für den kommenden Sommer und perfekt für den Urlaub. Falls ihr Asam noch nicht kennt, will ich euch Asam ganz kurz vorstellen. Asam ist ein Familienunternehmen seit 1963 mit der Kompetenz für Kosmetikprodukte. Sie haben ihre eigene Herstellung, ihre eigene Manufaktur hier in Deutschland. Es wird alles hier in Deutschland produziert. 100% der Rohstoffe stammen aus Europa. Das heißt also, ihr habt wirklich hochwirksame Kosmetik mit dabei. Aber gerade jetzt für den Sommer ist das Thema Sonnenschutz und Sonnenpflege ein recht wichtiges. Und deswegen will ich euch die Produkte einmal ganz kurz vorstellen, die ich jetzt in den letzten Wochen genutzt habe. Viele von euch haben mich auch gefragt, welchen Selbstbräuner ich am Körper benutze. Und das ist die Self-Tanning Fluid für den Körper. Das kommt in einem Pumpspender und ihr könnt das komplett auf euren Körper auftragen. Ihr habt eine sehr, sehr schöne, zarte, gleichmäßige Bräune. Das macht nicht so dieses Boom-Grün, Boom-Orange, sondern ihr könnt das wirklich schön aufbauen. Und habt ein sehr ebenmäßiges Finish. Für mich gibt es aber drei Favoriten aus der Reihe. Und das ist die Sun Cream Face mit Lichtschutzfaktor 50 UVA und UVB. Wir tragen sie jetzt mal gemeinsam auf, dass ihr seht, wie viel man davon braucht. Eins, zwei. Ich mache meistens zweieinhalb meiner Finger für mein komplettes Gesicht. Und gebe mir das Ganze ins Gesicht. Das Schöne bei der Sun Cream ist, ihr habt gesehen, ich habe eine wirklich gute Menge genommen. Aber sie weißelt nicht. Also das ist echt gut. Und gerade wenn ihr jetzt in den Urlaub fahrt, ist es wichtig, dass ihr eure Sun Cream an die Korallenriffe anpasst. Denn oft sind in Sonnenschützen Inhaltsstoffe drin, die extrem gefährlich für die Korallen sind. Oder auch für Meereslebewesen. Das ist hier nicht mit drin. Ihr habt hier 50 Milliliter mit drin. Tragt es gerne im Laufe des Tages auf. Ich finde, sie sieht auch schon perfekt aus wie so ein schöner Primer. Da Make-up drüber, richtig gut. Gibt es auch noch in 30. Ich empfehle euch aber immer 50. Ich verlinke euch alles einmal unten. Und es gibt ein Body Oil. Und das ist der Wahnsinn. Das kommt hier in so einer Ölkonsistenz natürlich. Und hat so einen zarten, goldenen Touch. Und das auf den Beinen. Gerade jetzt, wenn man die letzten Monate vielleicht die Beine nicht so gepflegt hat, so wie ich. Und dann die kurze Hose kommt oder das kurze Kleidchen. Sieht das natürlich super schön aus. Die Haut ist richtig schön reflektierend und gepflegt. Das Öl pflegt die Haut noch. Und falls ihr doch mal ein bisschen zu lange in der Sonne war, gibt es die Aftersun Mask Coco Moisture. Das ist eine ganz, ganz tolle Maske. Die ich auch so, auch wenn ich nicht in die Sonne gehe, ich gehe ja nicht in die Sonne, so als Gesichtspflege nutze. Ich drücke mir jetzt nur mal ein bisschen auf, dass ihr die Konsistenz seht. Das ist eine sehr schöne, gelende, kühlende Maske, die die Haut einfach komplett mit Feuchtigkeit versorgt. Und falls ihr Sonnenschäden habt, vielleicht mal fünf Minuten lange zu draußen, weil es kühlt und beruhigt die Haut. Ich habe einen Code, den schreibe ich euch einmal hier hin und unten in die Infobox. 15% Rabatt auf alles von Asam. Also schaut gerne mal vorbei. Ihr wisst, ich liebe die Produkte seit Jahren. Aber ich glaube gerade jetzt für den Sommer passt das wirklich, dass ihr euch mal ein paar neue Produkte anschaut, mit denen ihr vielleicht für euch und eure Haut was Gutes tun könnt. Und ich weiß, ich wiederhole mich da oft, aber wir können nicht oft genug darüber reden. Sonnenschutz ist das A und O. Bitte verlasst das Haus niemals ohne Sonnenschutz. Wenn es nicht 50 ist, dann zumindest 30. Aber ihr seht, das ist kein Weißeln. Die Haut sieht richtig schön frisch und glowy aus. Ich liebe es und ich setze euch alles in die Infobox. Wir fangen direkt an mit dem Video. Ich habe hier eine Kiste mit Produkten. Und ich habe heute zwei Primer. Einmal den neuen hier. Das ist der Trended Up Clean Philosophy Matcha Awake Primer Gel. Klingt spannend, kommt in einer Glasverpackung und ist in so einer neuen Reihe von Trended Up Produkten. Der erinnert mich ein bisschen an dieses, wie hieß denn das, von L'Oreal Aqua Intense. Es riecht auch, oder Aqua irgendwas. Es riecht auch ein bisschen so. Es riecht sehr frisch. So ein bisschen männlich. Kennt ihr diesen männlichen Herbengeruch? So ein bisschen mentholig, ein bisschen würzig. Finde ich sehr, sehr schön, gerade jetzt im Sommer. Und der zieht auch super, super schnell weg. Also der ist auf Wasserbasis. Das Matcha Awake Primer Gel mit Matcha Wasser verleiht dem Gesicht durch die angenehm leichte Tektur einen sanften und unsichtbaren Frischekick. Der Gel Primer mit der 24 Stunden Feuchtigkeit spendenden Formulierung mit grünem Tee-Extrakt eignet sich sowohl als Grundierung als auch Make-Up Grundlage vor dem Make-Up als auch für die alltägliche Pflege. Ein- oder zweimal auf den Pumpspender drücken und die optimale Primer Menge zu erhalten. Eine feine Schicht auf die gereinigte Haut auftragen. Okay, tatsächlich kann man den nicht nur als Primer, sondern auch so ein bisschen als Skincare benutzen. Daran erinnert es mich tatsächlich auch eher so vom Gefühl her und von der Haptik der Haut her. Fühlt sich aber wirklich gut an. Hier ist Aquaglycerin mit drin. Recht gute Inhaltsstoffe sehe ich jetzt hier gerade auf den ersten Blick. Ich glaube für den Sommer ist das eine ganz gute Sache. Ich glaube ihr seht auch sofort, dass er so ein paar kleine Trockenheitsfältchen um die Augen, unter den Augen so ein bisschen aufgepolstert hat und die Haut einfach mit Feuchtigkeit versorgt. Wir werden heute eh einen sehr reduzierten Look schminken. Das ist gerade das, was ich im Moment total gerne mag. Vor allem für die Base. Für die Augen machen wir heute eigentlich gar nichts. Einfach dieses Zarte, dieses Leichte und Frische finde ich persönlich gerade jetzt 30 Grad. Es kratzt an der Tür. Ich habe da nicht so eine Lust drauf auszusehen wie sonst. Weiter geht es mit einem neuen Produkt, wo ich glaube, dass das eins meiner Favoriten für diesen Monat sein könnte. Und zwar ist es das Trended Up Perfect Prime Hello Natural Glow. Ein Illuminating Primer mit Rosenquanz und Vitamin E für einen natürlichen Glow. Ich habe das gesehen und dachte mir, sieht wirklich spannend aus. Das Packaging ist recht schlicht. Also es ist eine Plastikquetschtube, die aber so ein bisschen irrisierend ist. Und das fand ich mega spannend, denn er hat mich auf den ersten Blick sofort an dieses Produkt von Charlotte Tilbury erinnert. Ich habe das leider nicht mehr, sonst hätte ich natürlich direkt mit euch einen Side-by-Side-Vergleich gemacht, aber das ist ein Primer, der so ein bisschen milchig ist und einen zarten Glow hat. Ich habe den tatsächlich auch schon ein paar Mal benutzt und muss sagen, der ist wirklich, wirklich schön. Auf der Stirn sieht man es bei mir immer ein bisschen besser. Den hinterlässt direkt so einen frischen Glow auf der Haut. Das ist ein ähnliches Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt bei mir bei Instagram, ich glaube noch nicht bei YouTube, wie der neue Love Aura Glow Primer, aber nicht ganz so deckend wie der Love Primer. Hinterlässt einfach auf der Haut diesen super ebenmäßigen Touch an Glow und sieht ohne Make-up wunder, wunderschön aus. Gerade jetzt, wenn es so warm ist, dann nehme ich mir den und mache den in die Sonnencreme mit rein. Dauert dann tatsächlich einen Moment länger, bis das alles weggezogen ist. Es sorgt aber einfach für diesen öligen Look. Also nicht ölig, für diesen Glowy Look. Sieht ein bisschen aus wie ein Engelchen heute mit meinen kleinen Erpel-Locken hier oben. Okay, wir machen weiter. Das hat mich so gefreut und auch wirklich bestätigt, dass ihr diesen L'Oreal Age Perfect Kollagenen straffenden Make-up-Balm so gerne mögt wie ich. Das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Produkt. Ich nehme jetzt hier mal einen Eel-Makiage-Brush und arbeite mir das hier gleich ein. Das wird wie gesagt heute ein sehr zarter Look. Jetzt passt die Farbe auch, weil mein Selbstbräuner komplett verschwunden ist. Ich habe nämlich gestern Abend eine Glykolsäure-Behandlung gemacht, weil ich wusste, dass das Wetter heute dramatisch schlecht ist hier in Berlin und dann nimmt das natürlich immer diesen Selbstbräuner so ein bisschen ab. Der Balm, ich habe den jetzt schon so oft getragen in den letzten Wochen seit dem Video. Im Alltag ist der toll. Am schönsten sieht der tatsächlich aus, wenn man ihn fast mit den Händen so ein bisschen einarbeitet erst mal, weil dann schmilzt der noch ein bisschen besser an. Ich muss dann halt immer nur so ein bisschen gucken mit dem Bart, dass es nicht so fleckig wird. Aber es ist ein wahnsinnig tolles Produkt und auch für den Preis. Ich habe echt das Gefühl gehabt, dass meine Haut sich so ein bisschen gepflegter angefühlt hat in den letzten Tagen, weil ich einfach, das finde ich ganz besonders, die Make-Up-Brands und am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, machen ja immer mehr Skincare-Produkte in ihrem Make-Up. Und ich habe echt den Eindruck, dass das was bringt. Vor allem, weil ich ja so viele Produkte im Laufe des Tages auch trage. Ich schmink mich ja mehrfach am Tag ab. Drei Mal ist Standard, manchmal sind es auch vier, fünf Mal, so wie im Moment, wenn ich einfach viel Content vorproduziere, dass meine Haut sich einfach wesentlich frischer anfühlt und nicht so gereizt. Und ich glaube, das liegt an diesen Skincare-Produkten. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Skincare im Make-Up in die Kommentare, da wäre ich super gespannt. Der schmilzt jetzt richtig, richtig schön auf meiner Haut zusammen und auch in Kombination mit diesem Glow-Primer, finde ich, hat er den jetzt nicht kaputt gemacht. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, auf welcher Basis die Produkte sind und ob die dann miteinander funktionieren. Mir hat neulich eine Zuschauerin geschrieben, dass sie, also sie hat mir ihre Make-Up-Auflistung geschickt, was sie genommen hat und hat dann gesagt, dass sich das alles aufgelöst hat. Das kann manchmal sein, dass ein Primer, der vielleicht auf Silikon- oder auf Ölbasis ist, nicht mit einer Foundation oder mit einer Pflege funktioniert, die auf Wasserbasis ist. Wasser und Öl, Freunde, das funktioniert nicht. Ihr müsst wirklich so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe achten und dann sieht man das nicht sofort, sondern wenn man da eine Maske auf hat oder so und die Wärme direkt an diesen Stellen ist, dann funktioniert das nicht. Ihr müsst immer schauen, dass die Produkte gut miteinander funktionieren und dann hält das Ganze auch wesentlich länger. Base ist ultra frisch. Ich habe hier einen kleinen Besucher bekommen. Ich habe aber ein Tool bekommen, das darf ich euch, glaube ich, noch nicht zeigen. Das ist so krass. Das ist wie so ein Laserschwert. Das legst du rauf und am nächsten Tag ist das Ding klein und fast weg. Ich habe keinen expliziten Concealer jetzt rausgesucht. Ich nehme jetzt einfach hier den von Manhattan und mische den ein bisschen mit dem Catrice Liquid Camouflage. Den gibt es ja natürlich auch bei DM. Ich glaube, den Manhattan gibt es auch bei DM, aber nicht in allen Läden. Da wir ja jetzt gerade umziehen, vielleicht sind wir sogar schon umgezogen, wenn ihr das Video seht. Ich weiß es nicht. Und ich keinen Rossmann in fußläufiger Weite habe, sondern nur noch ein DM, könnt ihr mir gerne mal wirklich ganz, schreibt mir wirklich viele Produkte in die Kommentare, die ich mir mal anschauen soll. Weil ich habe im letzten Jahr recht wenig DM-Produkte benutzt, weil ich einfach den Rossmann hier auch in der Nähe hatte und der DM hier bei mir zugemacht hatte, weil sie einfach nur als Einkaufszentrum hier neben gesetzt haben. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal ein paar DM-Favoriten draufschreibt, die ich vielleicht auch nicht kenne. So langsam taste ich mich wieder an DM-Produkte ran. Das ist ja immer das Problem bei Drogerieprodukten, dass die Fluktuation immer recht hoch ist und recht schnell ist und wenn man dann mal ein halbes Jahr nicht im DM war, hast du einfach ein ganz komplett anderes Sortiment. Ich bin jetzt einfach schnell mit einem losen Puder hier einmal rüber gegangen und die Base ist wahnsinnig schön. Wenn ich das gleich sette, dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen frischer aus. Das ist halt das Problem bei Puder, Freunde. Also man muss immer so ein bisschen gucken, will man glow, will man weniger glow und dann kann man das mit einem Setting oder Fixing Spray gut anpassen. Ein Produkt, welches wirklich alles geändert hat, beziehungsweise zwei gerade, sind die neuen Silky Baked Highlighter. Ich habe den jetzt hier in der Farbe 020. Der ist ein bisschen dunkler, aber der legt sich einfach so schön auf die Haut rauf und ist, vielleicht habt ihr das Video auch schon gesehen, ein richtig gutes Dupe zu Hourglass. Vor allem im Moment, wenn ich viel Selbstbräune habe, gehe ich auch kaum noch in Bronzer mit rein, weil ich finde, dass die Haut schon so bronzy genug ist, aber so ein bisschen Glow. Überall möchte ich diesen Glow haben und damit ich aussehe, als hätte ich drei Jahre lang in Öl gelegen und mariniert. What is this? Freunde, ich war ja wirklich lange vom Highlighter weg. Also so richtig, richtig Highlighter. Aber ich finde, diese neuen Highlighter Texturen sind nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Die sind wesentlich feiner, nicht mehr so grob, glitzerig und so mega cremig, sondern wirklich ein bisschen trockener, aber trotzdem einfach eine ganz andere Texturen. Das sieht immer sehr, sehr edel aus. Genauso wie diese gebackenen Produkte. Ich bin in der letzten Zeit ein riesen Fan von gebackenen Produkten geworden. Und da habe ich hier von Trended Up den Super Glow Bake Blush in der Farbe 030. Der hat so verschiedene Texturen mit drin. Und ich gehe einfach mit dem Blush Brush hier rein und setze mir den direkt über den Highlighter, weil ich finde, dass man mit so einem Blush auch ein bisschen, vor allem im Sommer, ein bisschen übertreiben kann. Und dann sieht es aus, als hättet ihr so einen leichten Sonnenbrand. Wisst ihr, was ich meine? Ohne das... Also Sonnenbrand klingt immer so negativ. Als hättet ihr viel Zeit draußen verbracht. Die Haut ist rosig, die Haut ist frisch, so wie im Winter. Wenn man von einem Winterspaziergang zurückkommt, halt nur im Sommer. Und dann könnt ihr einen Bronzer nehmen. Ich nehme jetzt hier einen von Love. Und gehe mit dem selben Pinsel hier über die Augenbrauen, da wo mein Augenbrauenknochen ist und hier so ein bisschen an der Seite lang und habe dann diesen super Sun-Kissed-Look. I love it. Wie schön sieht das bitte aus. Passend dazu, weil wir gleich sehr stark auf die Lippen gehen, habe ich eine Mascara. Die habt ihr mir empfohlen und ich bin euch unendlich dankbar dafür. Das ist die Trended Up Number One Mascara Express Volume in Braun. Und das ist wirklich das perfekte Braun. Jetzt seht ihr die Base auch nochmal, ne? Also das Licht reflektiert sehr, sehr schön auf der Haut. Es sieht nicht zu viel aus. Ich sette das Ganze jetzt mal. Und dann schmilzt das alles nochmal schön zusammen. Ich liebe den Sommer an Make-Up. Also dieses Sommer-Make-Up, ne? Das ist wahnsinnig schön. Ich kürle mir einmal die Lashes. Ich nehme jetzt diese Mascara. Das ist schon fast so ein rot-braun. Also das sieht bei euch, wenn ihr blond seid oder so ein bisschen rot-blonde Haare habt wie ich. Also ich habe keine rot-blonden Haare, aber ich habe einen sehr starken Rotanteil in meinen Haaren, ne? Und wenn die Mascara dann auch so ein bisschen wärmer ist, nicht so schwarz, sieht das immer wesentlich natürlicher aus. Die macht jetzt nicht so krasse Wimpern, ne? Also das muss man schon wissen. Das ist so eine Mascara, die einfach die eigenen Wimpern so ein bisschen einfärbt. Die macht nichts anderes, außer braune Wimpern. Love it. Und jetzt, Freunde, ich fasse es nicht. Diese Dinger haben mein Leben verändert tatsächlich. Oh, es passt sogar. Das sind diese Vinyl-Matte-Inks von Maybelline. Die sind so, so krass. Und auch diese Farbe hier, das ist die Farbe 25 Red Hot. What is this? Bei der Farbe muss man ein, zweimal öfter rüber gehen. Und jetzt seht ihr, ne? Eine ganz, ganz zarte Base. Eine knallige Lippe. Ein knalliges Top. Knalliges Oberteil. Und ihr habt ein wunderschönes Sauer-Make-up. Also das mit Produkten vielleicht alles insgesamt 20 Euro oder so. Das ist wahnsinnig schön. Und auch, weil die Haut so feucht aussieht. Und dieser glossy Lipstick, der bleibt ja so, ne? Der hält jetzt dann den ganzen Tag, aber der bleibt so in diesem Finish. Wahnsinnig schön. Schreibt mir bitte, bitte, bitte eure DM-Favoriten aus der Drogerie in die Kommentare. Die neuen Produkte, wirklich super. Ich freue mich, wenn ich jetzt ein bisschen öfter zu DM gehen kann und einfach schauen kann, was es alles so gibt und welche Produkte neu und spannend sind. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Alle Informationen stehen unten in der Infobox. Hier findet ihr auch nochmal den Code eingeblendet. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und für den Vorstand. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.